Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Abend und heute bin ich wieder für euch in Devolve FN unterwegs und zwar heute will ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder um ein schickes Mount, diesmal leider eins aus dem Shop, also für die Leute, die da immer so ein bisschen Probleme haben, leider in Anführungszeichen. Und zwar haben wir da einmal den Rudelführer der Chrislihügel und das ist diesmal ein Bär, den wir tatsächlich auch benutzen können, nicht nur fürs Reiten, sondern der hat auch Händlermöglichkeiten, obwohl er keinen Händler dabei hat. Wir haben einmal einen Amboss und an diesem Amboss können wir reparieren. Ich glaube, können wir was verkaufen? Ah, tatsächlich, wir können sogar auch was verkaufen und reparieren können wir. Im Angebot hat er hier leider nichts und das andere, was er kann, ist einmal Transmogrifizieren und ja, das würde so ein bisschen das Jack ablösen. Also falls ihr das nicht habt, das große Expeditionsjack, hat ja ebenfalls diese Möglichkeit, dann kann das quasi dieser schicke Bär. Das Ganze kostet im Shop aktuell bei Blizzard 20 Euro, den haben wir hier einmal und ja, muss jeder selber wissen, ob er das ausgeben will oder nicht. Aussehen tut er, muss man sagen, relativ gut. Hat auf jeden Fall ein neues HD-Model. Rechts und links an den Vorderläufen, würde ich jetzt mal sagen, einmal so ein Schild dran. Wir haben einen Amboss, der herangebunden ist, eine Truhe, dann so eine kleine Matte noch. Seitlich haben wir noch eine Angel dran mit, da ist glaube ich noch ein Schwert in der Tasche drin. Also sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Details drauf, finde ich immer sehr cool, solche Mounts. Oben haben wir sogar noch eine Laterne hängen und wenn wir in dunklen Gebieten unterwegs sind, ja, zum Beispiel unten in Ashkett oder in Heilsturz in manchen Areas, dann erhellt die Lampe tatsächlich auch ein bisschen. Also vom Aussehen ist es ein cooles Ding. Wie gesagt, es ist halt ein Shop-Mount, da haben viele Leute auch ihre Probleme mit. Ich bin da auch nicht so ein Riesenfan von, aber für die Mountsammlung muss man uns halt das ein oder andere dann noch holen. Gut, an der Stelle gibt es nichts weiteres zu sagen. Wir können uns noch das Mount-Special anschauen. Flugmount ist es natürlich keins, ne. Also es sollte klar sein bei einem Bär, wobei aktuell in WoW weiß man ja nie. Jutti, das war es mit einem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao. Ciao.